Wolkenkratzer sind wie Festungen in der Stadt. Festungen, die hochgerüstet sind mit perfekter Überwachungselektronik. Eindringlinge sind chancenlos. Es sei denn, es kommen Profis. Ausbieter, achten Sie auf zwei Männer, die versuchen, ihre Mitarbeiter zu überfallen. Bewacht alle Ausgänge. Irgendwo müssen sie herauskommen. Tiefgarage dicht machen. Sind alle Hauptausgänge besetzt? Haupt- und Seiteneingänge sind dicht. Alle Zwischen- und Nottreppen abriegeln. Beide Überfälle haben in den Expressaufzügen nach ganz oben stattgefunden. Irgendwo zwischen dem Erdgeschoss und dem 72. Stockwerk. Unser schnelles Zuschlagen, unsere Instinkte bei der Flucht, darauf sind sie nicht mehr eingestellt. Halt! Oder sie ist tot! Hau ab! Technische Dienst, hören Sie mich auf Notsysteme umschalten. Schnell, die gesamte Überwachung bricht zusammen. Zwei Profis, die wie Raubtiere in eine Herde eindrängen. Sonning. Gefangen im System.